Hey Leute, was geht's? Willkommen zum Patch Preview für Patch 11.21. Ich hab da ein bisschen gepennt dazu, das Video zu machen. Es ist ein ziemlich cooler Patch, wenn ich ehrlich sein soll. Ein, zwei Sachen, die mir persönlich nicht gefallen. Aber das meiste, was hier drauf ist, ist schon ziemlich guter Stuff. Kann man mal machen. Die meisten Probleme sehe ich hier eher bei Buffs, wenn ich mich jetzt nicht irre... Aber Leute, fangen wir das Ganze dann auch eben einmal an. Viego wird gebufft. Viego ist ein Champion, den sehen wir gar nicht mehr. Seine Windrate ist auch ziemlich, ziemlich low, weil viele Leute auch immer noch Divine Sunraw auf ihn bauen. Was nicht mehr das No-Brainer-Item-Build ist. Klar, man kann's immer noch spielen, so ist es nicht. Er wurde aber sehr gebufft in die Richtung von Ayo, Leute. Geht Crit. Crit ist besser. Oder diese AD-Builds sind besser. Weswegen er ist ein bisschen gebufft. Ja, Q-Total-AD-Ratio geht um 10% hoch. Der W-Self-Slow geht um 5% runter. Und das Crit-Scaling der Ulti geht ja massiv nach oben. Ich mag das Crit-Scaling auf der Ulti nicht. Ich mag die Ulti generell nicht. Ich finde, seine Passive ist schon ein einziger Champion. Aber whatever. Viego braucht Buffs. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt diesen W-Self-Slow-Reduction... Also... Er braucht ja nicht Utility. Ich glaube eher, dass diese Buffs dazu führen, dass er einfach viel häufiger gespielt würde. Auch im etwas, ich sag mal, idealeren Bild. Das, glaub ich, so besser gesagt. Ähm, und... Dass er dann wahrscheinlich wieder Nerves bekommt. Weil gerade dieser Exetute ist ja wirklich sehr wertvoll. Und dann auch wenn er anfängt, Crit zu stacken, kann er natürlich auch schon sehr, sehr wehtun. Ähm, aber ja, ich find's an sich fein. So, ich mag Viego persönlich nicht. Es ist natürlich scheiße, dass er gar nicht mehr gespielt wird. Sollte auch nicht unbedingt der Fall sein. Aber, ja. Timo, Leute. Okay, diese Timo-Buffs sind ziemlich broken. Warum? Sein Q-Cool-Down geht von 8 auf 7 Sekunden runter. Was bedeutet, er kann in der Lane euch auch öfters poken. Ähm, oder halt auch wegbursen. Je nachdem, ob er Q magst oder nicht. Macht man in der Regel eher gegen Range-Champions. Ähm, aber die Blind-Duration geht hoch. Die Blind-Duration geht von 2,5 Sekunden auf 3 Sekunden hoch. Ja, das heißt, wenn wir mal sagen, ihr kommt relativ problemlos an 40% Cool-Down-Reduction ran, dann heißt das, dass sein Blind einen Cool-Down von 4 Sekunden hat und er euch 3 Sekunden lang blindet. Das heißt, wenn ihr keine Tenacity in euren Runen habt, keine Tenacity als Items gekauft habt oder keine QSS habt oder irgendwie In-Bild-Tenacity, seid ihr fast per-Mage-Blindet gegen Timo. Was ziemlich strong ist. Das ist eigentlich mega, mega strong. Also ich kann mir denken, dass solche Item-Builds wie, ähm, Nash's Tooth into, ähm, wie heißt das? Nash's Tooth, Leandries, Cosmic Drive und sowas, ja. Solche Item-Builds sich schon darum kümmern, dass Leute gar nicht mehr Ortecken können. Zudem fehlt die Q ein bisschen schneller. Ja. Cool, I guess. Ja, cool, I guess, dass es schneller fliegt. Ähm, das heißt, er kann euch jetzt auch viel schneller blinden, was dann auch die Nutzung der Q weiter auch um einiges mehr konsistent macht. Ich finde es okay, dass die ihn buffen. An sich kein Problem. Ich finde die Kombination aus beidem hier einfach nur sehr, sehr, sehr schlimm. Ähm, den Q-Land um eine Sekunde zu senken und die Duration-Lock auf 5 Sekunden zu erhöhen. Ja, es wird gegen Top-Laner nicht viel ausmachen, vielleicht auch nicht gegen Jungler, aber wenn ihr ein Mid-Laner seid oder ein, äh, ADC, der ein bisschen mehr Base darauf ist, zu Ortecken, wird das hier schon ziemlich, ziemlich cancel sein. Lux-Buffs, äh, sehr starke Buffs, tatsächlich sehr, sehr starke Buffs. Sie bekommt mehr Attacks hier pro Level. Attack-Speed ist schon für eine Lux ziemlich wichtig, weil sie auch die ganze Zeit ihre Passive auflösen möchte. Nochmal Utility-Buffs on Top oben drauf, ähm, und zwar, dass ihre Passiv-Mark-Duration verlängert wird, wenn gerade ein Orteck von ihr am Fliegen ist oder wenn sie gerade ihre Ulti castet, was bedeutet, sie kann weitaus mehr Reliable auch, dann diese Passive dann halt noch procken. Der E-Damage wird gebuft um 10, plus nochmal mehr AP-Scaling, was hier gerade im Wave-Clear sehr gut helfen würde, natürlich auch nochmal am Scaling, ne, so ist das natürlich nicht. Und ihre Ulti kriegt wieder 20 Sekunden weniger Cooler drauf, also, aber zumindest auf Level 1, ne, auf Level 2, also 10 Sekunden. Das sind Monster-Buffs. Also, das hier sind wirklich Monster-Buffs. Würde ich nicht unterschätzen. Gerade der Wave-Clear-Part, der auch in der Midlane sehr stark ist. Also, es sind ja auch mehr Midlane-Lux-Buffs anstatt Support. Support ist ja meistens eher mit Richtung WQE, wenn ich mich jetzt nicht irre. Klar, für Support ist es auch ziemlich geil, dass der Ulti-Coder runtergeht, ne? Äh, so ist es nicht. Aber, Dark Shepard, das sind gute Buffs. Das sind echt, echt gute Buffs. Klar, ich muss immer noch sagen, wir sind in einer sehr Assassin-lastigen Meta, äh, aber sind trotzdem sehr gute Buffs. Xayah, ich glaube, das ist die 10. Buffen-Folge oder sowas. 5. Movement Speed mehr, ist natürlich immer sehr, sehr stark. Q bekommt 2 Sekunden weniger Q-Down. Xayah hat halt das Problem, dass Itemization bei ihr ziemlich, ziemlich scheiße ist. Ähm, Sie ist quasi gezwungen, ein Item später fertig zu sein, als die meisten anderen Champions, denn sie geht ja, ähm, wie heißt der Scheiß? Sie muss ihr Mythic gehen, into Essence River meistens, weil sie mag eigentlich gerne Ability Haste. Und dann ist halt die Frage, Lord Dominix oder Infinity Edge? Und dann gibt's Games, da brauchst du unbedingt einen Lord Dominix. Dann findet ihr die Infinity Edge. Der Infinity Edge ist erst ein viertes Item. Ähm, da bist du schon im Late Game quasi angekommen, was bei ihr sehr problematisch ist. Riot versucht hier das Ganze anzugehen, sie hat also sehr oft Buffs auf ihre Coulons bekommen, Ulti-Coulons runtergegangen, Q-Coulons runtergegangen. Ich weiß nicht, ob W- oder E-Coulons runtergegangen sind über die letzten Patches. Ähm, aber das ist heftig. Das ist tatsächlich heftig, wie viele Buffs sie braucht. Ähm, ich denke auch nicht, dass sie bad ist, wenn ich ehrlich sein soll. Also, Xayah ist mindestens B-Tier-Pick. Mit B-Tier ist gemeint, es ist eine Antwort auf andere Champions. Ja, MF ist gerade sehr stark, Lucian ist auch wirklich sehr stark. Aber ich, in einigen Games hab ich Xayah gesehen, und das sind so richtig Games, wo ihre Nische wirklich perfekt ist. Und da ist sie mega ausgerastet, so. Jinx, ähm, find ich turbobehindert. Ich hab mir nochmal die Statistik eben angesehen, warte mal, ich hab sie hier sogar nochmal offen, damit das auch sehen können. Das hier ist Jinx, ja. Klar, wir müssen sich Master angucken. In Bronze ist sie, glaub ich, noch ein bisschen bad. Wenn ich mich nicht irre, doch, in Bronze ist sie bad, wobei die Pitgräser sehr hoch ist. Und dann haben wir hier einmal Silber, ne, da ist sie relativ gut dabei. Nicht jeder Champion muss genau 50% sein oder so. Schauen wir uns Gold an. Hier ist sie sehr nah an den 50%. Und ab jetzt geht es immer höher. Also, das heißt, je höher wir in der Elo kommen, desto besser performt auch Jinx in der Regel. Ja, und das hier sind heftige Buffs. Die E-Range wird erhöht, das heißt, sie kann safer stehen. Sie bekommt mehr Attack-Speed, wenn sie ihre passive progt. Und der Ulti-Kunner geht ja ebenfalls runter. Ähm, fühle ich nicht. Also, meint ihr den Ulti-Kunner einfach senken können. Ich finde, der Rest ist wirklich sehr gefährlich. Das heißt, dass wenn Jinx mal snowballt, dass sie ins Laufen kommt, gerade in einem Fight, wird sie dort dann nochmal stärker sein, kann nochmal besser cleanuppen. Nicht ganz so cool, ja. Und die E-Range heißt einfach nur, nur, dass sie safer ist. Sion, Leute, mehr Max-Health-Scanning auf seiner Wehe. Sion wird der tankigste Tank in der Geschichte der Tanks werden. Gerade diese Psychopathen, die Full-AD-Zion-Bilds bauen, die werden sich jetzt richtig freuen. Denn das wird hier jetzt schon ziemlich heftig reinschöpfen. Nicht nur sein Tankiness wird erhöht, sondern auch dadurch sein Damage, weil er kann dann länger sein Schild aufrecht halten. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sions in der Regel auch Shield-Bash mit dabei. Das heißt, der Damage wird in jedem Fall so immer wieder erhöht. Zumindest wenn sie tankig geht. Nervs, Leute. Oh, warte, ich bin hier auch gerade ein bisschen sehr lange am Labern. Machen wir mal ein bisschen schneller. Quinn, Leute, verliebt Attack-Speed. Quinn ist so eine Art High-Elo, ist eigentlich auch Rehland-Sol, der Top-Lane. Es ist auch eher ein sehr High-Elo-Problem, was sie... Warte, habe ich jetzt mit Quinn gesehen? Ich habe keine verfickte Ahnung, ne? Aber weniger Attack-Speed auf der Wehe. Was weh tut, weil es gibt viele Match-Ups, wo man sogar die Wehe als erstens maxst, als Quinn. Und 20% ist wirklich sehr viel. ADC-Mains kennen sich damit aus, wenn man ihren Champion Attack-Speed wegnimmt. Gerade Caitlyn-Mains fühlt man nicht. Graves, Leute. Weniger Amor. Zwei Amor weniger. Beziehungsweise doch zwei Amor weniger auf jedem Level, das er hat. Gerade im Early-Game ein sehr dicker Nerf. Denn Resistenzen sind so, je mehr man davon hat, desto weniger Wert hat dann jeder Punkt Amor ab gewissen Caps. Und je nachdem, wie Graves... Und gerade diese Early-Amor ist sehr wichtig. Und gerade wenn man im Skirmish ist, Level 3, Level 4 oder sowas, oder Graves noch nicht rein dash, kriegt er sehr viel Amor, kann sehr tanky sein, aber was nicht ganz so cool ist. Deswegen finde ich es fein, dass es hier genau findet. Akschan, Leute. E ist auch die Fähigkeit, die er maxst. 20 Damage weniger pro Shot auf seiner E. Ist sehr cool. Das hier ist seine Damage-Reduction von 60 bis 100 Damage. Ich weiß gar nicht, was die maximale Menge an Schüssen ist, die er so raushaut. Aber so mindestens 60 könnt ihr davon ausgehen, wenn er seine E gemaxst hat. Macht ja mindestens drei Schüsse. Kann er auch mehr sein. Finde ich, ist wirklich sehr gut. Also Akschans Damage kann sehr ridiculous sein. Er kann auch sehr easy snowboarden. Was mich so ein bisschen mehr an ihm stört, ist sein Camouflage, dass er per Ma-Camouflage-Investor da sitzen kann. Er pusht die Lane raus, chillt der Camouflage einfach mitten auf der Mid-Lane, ist nicht mal Rome gegangen. Und ihr kriegt halt per Ma... per Ma-Gedanken, dass ihr ihn irgendwie verrecken könnt oder sowas. Müsst dann sehr vorsichtig spielen. Ist sehr gefährlich, aber sein Damage wird genervt, wodurch dann auch sein Snowboarding-Potenzial genervt wird, was völlig fein ist. Kartus, Leute, bekommt weniger Mana durch seine E. Ist eher ein bottenorientierter Nerf, was man auch hier sehen kann. Ich glaube, im ersten Jungle hier tut ihm das auch ein bisschen weh, weil man kann die E nicht permanent abhaben. Klar, kostet auch sehr, sehr, sehr viel Mana. Und gerade die Mana-Recovery an den Camps overall, gerade bei Raptors, ist wirklich insane. Denn bei Raptors sind es ja minus 30, dann haben wir Wölfe mit 45. Also es deckt sich schon sehr gut hoch über die Dauer des ersten Clears. Deswegen ist dann ab dort dann auch nochmal wehtun. Aber nicht so sehr. Ja, als Jungle haben wir einen sehr, sehr hohen Mana-Recovery. MF, Leute, Poke-Build tut natürlich sehr weh. MF sehr stark am Poken, 25 Base-Mana weniger. Dazu auch nochmal, wenn die Mana-Kosten erwähnt, ein bisschen erhöht. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Jetzt kommen wir hier zu sehr interessanten Chains, Leute. Ingenious Hunter, das ist die Rune, die einfach im Domination-Baum, die euch Item-Cool-Awn senkt oder die euch Item-Haste gibt. Von 10 auf 20 und dann 5 und 6 pro Stack ist sehr stark, wenn ich ehrlich sein soll. Was ihr hierbei nicht vergessen solltet, Ingenious Hunter senkt nicht nur die Coole an eure Items, die ihr benutzen könnt, sondern auch von eurem Trinket und auch von Item-Effekten, so wie Sheen zum Beispiel, so wie Proto-Belt zum Beispiel. Ich stelle mir das hier, zumindest im Moment, so erst gedanken, vielleicht habt ihr ja noch andere Champions, auf denen es ziemlich stark sein kann. Ich finde, dass bei Supportern wird das sehr, sehr, sehr stark sein, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade das Trinket öfters nutzen zu können, ist natürlich sehr geil. Die Items öfters nutzen zu können, ist ja natürlich auch ziemlich, ziemlich geil. Und ich glaube, dass gerade solche Sachen wie Siekes zum Beispiel einen internen Coole anhaben, vielleicht könnte ich mich da jetzt irren, da kann man ebenfalls nochmal mehr rausholen. Sogar für Sheen-Nutzer ist das ziemlich, ziemlich gut, weil das senkt auch die Coole vom Sheen. Ich werde damit vielleicht nochmal ein bisschen selbst experimentieren, vielleicht lässt sich da was machen. Ja, aber auf jeden Fall sehr cooler Change. Die Rune sollte jetzt auch um einige stärker werden, aber ich bin mit Pike. Pike kann das gut abusen, mit seinem Umbroglafer. Aber ja, Health Rune, Leute, diese gibt jetzt mehr Leben, gerade für Supports, also Skate ist besser mit 50 Leben mehr, gerade für Supports ist es sehr cool, viele Supports nehmen ja die Kulon Redaktion mit oder die Ability Haze mit einmal Resistenzen, was meistens Armos und dann Leben. Aber gerade für Laner finde ich das sehr gut, die wirklich scalen wollen, 50 Leben mehr, hört sich jetzt nicht nach so viel an, aber wenn wir uns mal die gesamte Menge angucken mit 140 Leben mehr, wenn ihr im Late Game seid, habt ihr keine Ahnung, 2000 Leben oder sowas als Squishy Champions, als Squishy Champion, da auf Nummer 140 on top oben drauf, ist schon ziemlich lecker. Guardian, 20 Schild weniger, ich hasse Guardian, ich finde ein 70er Schild im Early Game ist tatsächlich sehr stark, auch wenn man es ein bisschen consistent proppen kann. Riot meinte auch, dass es die stärkste Rune ist für jeden Enchanter-Supporter, das heißt Lulu, Soraka, Zona und Co., die nehmen alle Guardian mit over Airy und das wollen sie dann ein bisschen vermeiden. Gibt es irgendeinen Tank, der das mitnimmt? Doch, Braun? Tarik? Ich glaube, die nehmen es am consistentsten mit. Manchmal sieht man auch nochmal Thresh damit, ja, aber an sich ist es fein. Ich glaube, das hier wird mehr auf Enchanter gespielt als auf allem andere. Conquer, Leute, Adaptive Stacks von 2 bis 5 auf 2 bis 4 runter, das heißt, es gibt jetzt ein bisschen weniger AD, 12 AD weniger und die Duration geht ja runter von 6 auf 4 Sekunden. Ich finde, das hier ist der beste Change überhaupt. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als der fucking Irelia, die ihre Scheiße irgendwie gestackt hat und da muss ich hinten chillen oder es gibt auch einige andere Champions, wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich warten, bis dann Conquerer weg ist. Die Duration zu senken ist gerade in der Laning Phase sehr geil. Ich glaube, Out of Laning Phase stört es niemanden. Ich bin aber eher der Meinung, dass es so ein bisschen Bust viel Lane. Item Changes, Leute, Goddrinker, die Aktivierung geht von 100%. Total AD auf 175%, Base AD, ich weiß nicht, ob ich runter sagen soll, aber das heißt, Assassins können diese Item nicht mal so gut abusen, sondern es wird jetzt eher ein Bruiser-Item sein. Ilaui ist, was das angeht, einer der besten Champions im Game. Ich glaube, Ilaui, Darus und Megana, sie haben die höchste Base AD. Der Life-Frag von dem Item wird komplett runtergenommen, dafür gibt es Item jetzt Omni-Vap. Wir werden gleich nochmal kurz zu dem Item einmal rüberkommen. Das Goddrinker gibt euch auch jetzt nicht mehr AD, je weniger Leben ihr habt. Und jetzt die Frage, sehr viel auf dem Kaufen jetzt Goddrinker. Das Item wurde jetzt komplett verändern. Es gibt Champions, die haben keine besseren Mythic-Items. Als Beispiel Arthrox. Ich kann mir Arthrox hier sehr gut drauf vorstellen. Klar, das Omni-Vamp drauf will er auch gerne haben, aber das Ability-Haze drauf, die will er natürlich liebend gerne benutzen. Ich kenne seine Base-AD nicht. Dann gibt es Champions wie Jarvan. Ich denke auch, wir werden Jarvan weiterhin damit sehen. Es ist einfach sein bestes Item. Ich glaube aber, dass viele andere Champions von Weckin werden, auch unter anderem die ganzen Assassin-Champions auch drin, denn man könnte nicht sehen, dass sie es nicht mehr benutzen. Gerade die neuen Abuser hiervon werden Ilaui sein. Sie kann mit Omni-Vamp sehr viel anfangen. Das ist für sie ziemlich geil. Fiora. Einfach nur wegen ihrer Special-Interaktion mit ihrer Passiven. Wobei Fiora auch noch einige andere Optionen hat. Riven. Sehr geil, dass da Omni-Vamp für sie drauf ist. Und natürlich auch nochmal die Ability-Haze-Soce nicht. Aber ich glaube, diese drei Champions werden die besten Abuser sein. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch ein bisschen. Aber müssen wir nochmal gucken. Wo wir bei Omni-Vamp sind, Leute. Revenance Hunter. Weniger Lifestyle. Oder weniger Vamp. Oh, Stack. Geht um 0,3 runter. Das heißt, wir verlieren hier 1,5 Prozent an Vamp nochmal. Was gerade bei vielen Champions ziemlich wehtun wird. Gerade auch bei der klassischen Kombination, wenn man Conqueror geht mit Conqueror mit Domination, wo man dann sehr viel Sustain hat. Eben weil Conqueror einen hochhielt. Eben weil man dann vielleicht nochmal Live-Zeit holt. Omni-Vamp ist drin durch Revenance Hunter. Gerade Champions sowas wie Kaiser werden davon weniger profitieren. Oder auch Tristana. die wirklich sich beides holen. Legend-Blood-Live mit Omni-Vamp und sich dann wirklich unglaublich krass hochhören. Strikebreaker. Ähnliche Changes auch wie beim Gore-Drinker. Nur mit dem Unterschied. Es bekommt Nummer 5 AD on top obendrauf. Ich weiß gar nicht, wer das großartig benutzen soll. Maybe vielleicht wieder für Darius. Aber ich glaube, der holt sich das Item nicht mehr unbedingt. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr so. Aber warum habe ich das Strikebreaker gesehen? Bin ich mir selbst nicht mal ganz sicher. Aber Leute, fassen wir nochmal kurz an den Patchen haben. Veo-Changes finde ich an sich ganz cool. Timo könnte ein bisschen over the top sein. Lux ist sehr stark. Xayah ist eigentlich immer noch Xayah. Jinx ist sehr stark. Xion sehr starker Buff. Quinn, ich finde die Nerfs persönlich nicht so gerechtfertigt. Aber whatever. Ich finde Attack-Speed-Nerfs sind einfach immer scheiße. Man hätte auch die Duration davon ein bisschen senken können um 0,5 Sekunden oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Graves-Nerfs finde ich sehr gut. Arx-Stand-Nerfs finde ich gut. Katos-Bot-Nerfs finde ich ein bisschen random. Aber hey, finde ich sehr gut. Ingenious-Hunter-Changes finde ich interessant. Health-Rune-Stand-Chart-Buffs finde ich sehr gut. Guardian-Nerfs finde ich gut. Conquer-Changes oder Nerfs finde ich gut. Gorge-Nerfs wird sich ergeben. To be honest. Aber ich finde es gut, dass ich nicht mal solche Champions wie Kain oder Talon oder Zed sehen muss oder Kian. Jede Assassin eigentlich, die die ganze Zeit mit Gorge-Nerfum-Chillen. Revenous-Hunter-Nerfs? Ja, maybe, maybe, maybe doch. Bin ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja, Sustain ist wirklich sehr hoch, gerade in League. Aber ich fand das ein bisschen random. Liegt vielleicht aber auch einfach nicht. Und die Stride-Breaker-Changes. Hey, ich meine, wenn du Stride-Breaker kaufst und du sagst, ein Bruiser, cool, good job, gönnt euch. Aber an sich, Leute, ein guter Patch. Klar, ich finde es doof. Es gibt Sachen, die hätte ich gerne weggenervt und so. Aber ja, Leute, das war es dann auch von mir. Ihr könnt dann wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben und dann bin ich auch erst mal weg. Ich wünsche euch einen guten Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.